Hallo und willkommen zurück bei Episode 4 des Linguas de Dici Intermediate German Podcasts. Mit interessanten Themen wird dir dieser Podcast helfen, in Deutsch zu denken und die deutsche Sprache zu meistern. Heute werden wir über die deutsche Gesellschaft sprechen. Ist dies dein erstes Mal hier und du willst lernen, Deutsch zu sprechen? Hast du Probleme, Deutsch zu verstehen und suchst nach einfachem, aber interessantem Content? Beginne damit, indem du auf Subscribe klickst und diesen YouTube-Kanal abonnierst. 2020 liegt nun hinter uns. Ich hoffe, ihr hattet alle trotz der Corona-Situation fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Man wünscht in Deutschland einen guten Rutsch oder einen guten Rutsch ins neue Jahr, wenn ein Jahr endet. Wahrscheinlich kommt diese Redewendung oder dieses Idiom aus der jüdischen Sprache. In der jüdischen Sprache meint Rosh nämlich Beginn. Einen guten Rutsch wünschen bedeutet also, dass man einer anderen Person einen guten Jahresbeginn wünscht. Bevor wir nun zum Hauptthema übergehen, wollte ich kurz kommentieren, warum ich den Podcast im letzten Jahr so lange pausieren musste. Nun, im Februar 2020 hatte ich beschlossen, meinen Job zu wechseln. Ich hatte beschlossen, einen Job in einem anderen Land zu finden und die Niederlande zu verlassen. Der Ausbruch und die Ausbreitung des Coronavirus in Europa haben die Jobsuche aber ein bisschen schwieriger gemacht. Darum hat es länger gedauert und ich hatte keine Zeit für den Podcast. Jetzt lebe ich wieder in Bayern, während ich remote für ein US-Startup arbeite. Ich bin nun auch oft in Madrid, in Spanien, wo meine Freundin in diesem Moment studiert. Nun gut, genug über mich. Lasst uns mit dem Thema dieser Episode beginnen. Ihr könnt die deutsche Gesellschaft mit Recht Multikulti nennen. Multikulti meint, dass wir einen Mix aus vielen Kulturen finden. Das Statistische Bundesamt in Deutschland ist das Institut, das statistische Analysen im Bereich Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft macht. Das Statistische Bundesamt hat im Jahr 2019 deklariert, dass 26% der deutschen Bevölkerung, also alle Einwohner in Deutschland, einen Migrationshintergrund haben. Das meint, dass ca. jede vierte Person in Deutschland einen Migrationshintergrund hat. Was bedeutet das Wort Migrationshintergrund? Eine Person hat einen Migrationshintergrund, wenn die Person selbst oder mindestens einer der Eltern nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit oder Nationalität geboren wurde. Ich gebe euch ein Beispiel. Meine Eltern kommen beide aus Serbien. Ich habe also auch einen Migrationshintergrund. Wenn ich Kinder hätte, dann hätten diese wie ich einen Migrationshintergrund. Ihr mögt euch fragen, warum? Der Grund ist, dass ich nicht mit der deutschen, sondern mit der serbischen Staatsangehörigkeit geboren wurde. In der Tat ist Deutschland ein sehr populäres Migrationsland. Die wichtigsten Gründe hierfür sind die politische Stabilität, das stabile Rechtssystem und Justiz und die ökonomischen Konditionen und Bedingungen. In Deutschland findet jeder Religionsfreiheit und ein modernes und bezahlbares, edukatives System. Das deutsche Schulsystem und die deutschen Universitäten bieten eine hohe Bildungsqualität. Nur wenige Länder können dem deutschen Bildungssystem das Wasser reichen. Was meint jemanden nicht das Wasser reichen können? Wenn du jemanden nicht das Wasser reichen kannst, dann meint das, dass die andere Person besser ist als du. Zum Beispiel gewannen in den NBA Finals 2020 die Los Angeles Lakers gegen die Miami Heat. Die Miami Heat konnten den Los Angeles Lakers also nicht das Wasser reichen. Nun, Deutschland ist also ein beliebtes Migrationsland. Doch aus welchen Ländern kommen die meisten Migranten? Nummer 1 ist die Türkei. Ca. 1,5 Millionen Türken leben in Deutschland. Auf den Plätzen 2 bis 4 sitzen Polen, Syrien und Rumänien. Alle 4 Gruppen haben andere Gründe für die Migration nach Deutschland. Die Türken kamen speziell in den 60er Jahren als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland. Die Wirtschaft im damaligen Westdeutschland stieg nämlich stark und schnell an. Man spricht von der sogenannten deutschen Wirtschaftswunderzeit. Der Zeit des Wirtschaftswunders. Es gab mehr und mehr Arbeit, aber nicht genug Arbeiter und Arbeitnehmer. Darum machte es Deutschland Ausländern einfach zum Arbeiten nach Deutschland zu kommen. Apropos, so kamen auch meine Eltern 1973 aus Jugoslawien nach Deutschland. Um die Gründe der Migration von Polen nach Deutschland zu erklären, würde ich eine komplette Podcast-Episode füllen können. Ich mache es kurz. Die Polen emigrierten in mehreren Wellen und in unterschiedlichen Momenten. Die syrischen Migranten andererseits kamen in der letzten Dekade, dem letzten Jahrzehnt nach Deutschland. Diese Menschen flüchteten und flüchten aus ihrem Land, weil dort ein Krieg herrscht. Sie kamen also als Flüchtlinge nach Deutschland und sind auf der Flucht vor dem Bürgerkrieg, dem Krieg zwischen den Einwohnern von Syrien. Zuletzt noch ein Wort zu den rumänischen Migranten. Seit Januar 2014 haben rumänische Staatsbürger dieselben Freiheiten auf dem Arbeitsmarkt in der Europäischen Union wie ältere Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Diese Freiheit, dieses Recht nutzen viele Rumänen nun auch. Für viele Rumänen ist Deutschland das Traummigrationsland. Das Land also, in das sie bevorzugt migrieren wollen. Lass uns nun kurz über die deutsche Demografie sprechen. Ich musste die deutsche Demografie schon in der Schule lernen, weil die aktuelle deutsche Demografie ein großes gesellschaftliches Problem ist. Warum? Die größte Portion der deutschen Bevölkerung ist zwischen 40 und 64 Jahren alt. Danach sind sehr viele Menschen zwischen 65 und 84 Jahre alt. Auf der anderen Seite gibt es aber nur relativ wenige Menschen zwischen 0 und 39 Jahren. Die Geburtenrate ist relativ niedrig bei nur 1,6 Kindern pro Frau. Das Statistische Bundesamt in Deutschland prognostiziert und fürchtet, dass die deutsche Bevölkerungszahl in den nächsten 40 Jahren von 81 Millionen Menschen auf 67 Millionen Menschen fallen wird. Mit anderen Worten, die deutsche Bevölkerung ist alt. Es fehlen junge Menschen. Speziell fehlen junge Menschen, die qualifizierte Positionen in Unternehmen und Firmen übernehmen und füllen können. Sollte sich dieser Trend fortsetzen und die deutsche Bevölkerung im Durchschnitt noch älter werden, dann wird Deutschland in 2060 in eine analoge Situation zu 1960 kommen. Ich möchte mehr über euer Land lernen. Wie sind die Demografie und die demografische Situation in eurem Land? Gibt es viele alte Menschen oder ist die Geburtenrate hoch? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wichtig, probiert euer Kommentar in Deutsch zu schreiben. Obwohl es in Deutschland sehr viele ältere Menschen gibt, ist die deutsche Gesellschaft nicht besonders konservativ. Ich sprach schon in Episode 3 darüber, ob die Menschen in Bayern konservativ sind. Wenn ihr Episode 3 noch nicht gehört habt, dann suggeriere ich euch, Episode 3 nach Episode 4 anzuhören. In Deutschland findet ihr überall einen Pluralismus von Lebensstilen. Die ethnische Diversität ist groß. Deutsche Frauen haben und genießen viele Rechte. Ihr werdet in Deutschland nur selten eine traditionelle Rollenverteilung finden. Die traditionelle Rollenverteilung ist gebrochen. Die Frau in der Küche, der Mann im Büro. Das ist Schnee von gestern. Schnee von gestern, das sagt man, wenn etwas nicht mehr aktuell ist, wenn etwas nicht mehr interessant, also uninteressant ist. Zum Beispiel könntet ihr sagen, Donald Trump ist nicht mehr Präsident. Trump ist Schnee von gestern. Deutschland introduzierte viele spezielle Maßnahmen für Menschen mit einer physischen oder psychischen Behinderung. Die eingeführten Maßnahmen erlauben Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben in Deutschland zu partizipieren. Die deutsche Legislative adaptiert sich ebenfalls an neue Lebensformen, Lebenspraxen und Lebensrealitäten. So können homosexuelle Menschen in Deutschland seit ein paar Jahren ohne Probleme eine Ehe eingehen und heiraten. Im Allgemeinen ist die deutsche Gesellschaft also relativ modern. Natürlich meint das nicht, dass jede Person in Deutschland offen ist für neue Kulturen und Menschen aus anderen Ländern. So gewann 2017 die Partei Alternative für Deutschland in den Parlamentswahlen, genannt Bundestagswahlen, über 12% aller Stimmen. Die Alternative für Deutschland, kurz AfD, repräsentiert eine sehr restriktive und konservative Migrations- und Ausländerpolitik. Darum sagen viele in der deutschen Presse, die AfD sei das schwarze Schaf der deutschen Politik. Ein schwarzes Schaf ist eine Person, die in einer Gruppe negativ auffällt. Nun gut, wir kommen langsam zum Ende der vierten Episode, die deutsche Gesellschaft. Ich hoffe, ihr konntet mehr über die deutsche Gesellschaft erfahren und mir gut folgen. Nun wisst ihr auch, warum Deutschland ein so beliebtes Migrationsland ist. Vergesst nicht zu kommentieren, wie die demografische Situation in eurem Land aussieht. Wenn oder falls ihr noch nicht alles verstehen konntet, dann klickt einfach noch einmal auf Play. Okay, ich hatte noch eine Idee. Um für euch den Podcast noch informativer und noch lehrreicher zu machen, will ich Untertitel in so vielen Sprachen wie möglich zu jeder Episode uploaden. Ich benötige dafür eure Hilfe. Wenn ihr auch anderen helfen wollt, dann schreibt bitte die Übersetzung in eure Sprache vom Text dieser Podcast-Episode in die Kommentare. Ich werde eure Übersetzung dann als Untertitel uploaden. Ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Episode wieder treffen. Ich empfehle euch bis dahin, jeden Tag ein bisschen Deutsch zu lernen. Baut eine tägliche Routine auf. Sprecht mit einem Deutschlernpartner. Lest ein deutsches Buch oder hört euch die anderen Episoden des Linguas Didici Podcasts an. Wenn ihr Episode 4 interessant fandet, dann werdet ihr Episode 3 noch besser finden. Wenn euch Sprachen interessieren, dann seht euch den Linguas Didici Language Blog an. In diesem Blog werdet ihr Tipps finden, wie ihr Sprachen schnell und einfach lernen könnt. Alle Tipps wurden von mir getestet und viele dieser Tipps halfen mir, sieben Sprachen zu meistern. Im Linguas Didici Language Blog werdet ihr auch Artikel über andere Sprachenthemen, wie zum Beispiel Sprachenfamilien finden. Nun gut, das war es für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.